Ja, heute am Start die Radiodity für CB500 und auf dem Dach natürlich DV27 lang, Edelstahl 2,3 Leg mit Fahne. Jawohl Roger, die Fahne habe ich auch gesetzt hier auf der TV-Long. Ja, da hat mich jemand gefragt bei einem Kommentar vom letzten Sonntag von der Station Starsky 1, dieses Funkgerät. Der hat ja die CRT, ich weiß gar nicht mehr wie die heißt, sondern anscheinend die sieht ja genauso aus wie eine Radiodity. Wahrscheinlich irgendwie auch baugleich, aber ich will es jetzt mal nicht behaupten. Es gibt ja so viele Doppelgänger, wo dann unter irgendwelchen Labels gefertigt werden und am Schluss ist ein und dasselbe Hersteller in China. Ja, ich glaube dieses Funkgerät gibt es in ähnlicher Bauweise von mehreren Herstellern. Sie unterscheiden sich aber wohl doch ein bisschen in der Software dann drauf. Ich muss sagen, ich habe da noch nicht so tiefer reingelesen. Ich habe das Funkgerät damals beim Deletant 45 aus Österreich gesehen und habe gedacht, boah, das macht keinen schlechten Eindruck. Das Test ist jetzt mal nicht, muss echt sagen, das ist ein richtig cooles Gerät. Ja, Roger, Roger. Ja, Michael, auf dem Brandenkopf, da gibt es zwischen dem Fernsehturm und dem Aussichtsturm, kann man da so in dem Eck runterfahren auf ein weniger Bäume. Das hätte man letztes Jahr dem Fetz mal gesagt, das war letztes Jahr am Rosenmontag. Da bin ich auf Chorlechtigen-Nordtag. Jetzt ist es angenehm hier. Naja, das CB500 ist echt cooles Teil. Besonders komfortabel hat wirklich die Bedienung hier wieder über das Mikrofon und auf die mittlere Taste habe ich mir den automatischen Sende-Suchlauf gelegt. Kannst starten, stoppen, das ist genial. Das große Display, kannst du schön alles ablesen, AM, FM, 80 Kanäle. Zauberer Geschichte, SSB, USB, LSB vermisse ich nicht. Ist okay. Für den Preis, ich glaube 100 Euro hat es gekostet. Ist okay. Gute Sende und Empfangsleistung. Brink, bist du noch da? Ja, dann komm. Rauschunterdrückung ist echt gut. Oh, den hören wir jetzt gar nicht, wo auch immer der sitzt. Ja, die 78. Ah, das ist ein Bandwurm. Okay, grüß dich. Die 78 entwickelt sich hier echt zum Bergfunker-Kanal. Mich wirst du nicht hören, ist ja klar. Und der Tommi vielleicht noch. Tommi, kannst du Mike noch zu dir? Du hörst der Horst ja, oder? Ja, danke fürs Mike. Leider, ich höre eine Moduliere, aber kann kein Wort verstehe. Wo steht denn der Horst? Michael, Mike zu dir. Herr Horst, wo bist du? Biberach. Biberach. Sehr schön. Kommt hier leider nichts an. Oh Mann, schon 16 Uhr, verdammt. Ich sollte langsam los. Das heißt, ich sollte los, ich muss los. Zwei Minuten. Ja, okay. Ja, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich höre dich relativ gut. Ich weiß es nicht, ob der Rest dich mitbringt. Tommi, in Biberbach ist er. Okay, Roger. Na gucken wir mal, der Hans, der könnte ja die Station Bandwurm auch aufnehmen. Hans, das Mike zu dir. Jo, ich kann ihn auch hören, aber das könnte ja rein theoretisch aus Kambacher Ecken fahren. Der Bandwurm, das wäre ja ideal, ne? Da kommt er auch relativ gut rüsen. Herr Horst, hast du was mitgekriegt? Nee, Horst, tut mir leid. Auf dem Brennen kommst du nicht an. Ja, genau. Oder kommst du zu mir hier auf dem Brandenkopf? Hier ist doch Platz. Nee, der soll aufs Kambacher Ecken fahren. Ganz oben zum obersten Windrad. Von der bis kommt er richtig gut bis und hat relativ nicht so gut wie keine Störungen. Ja, jetzt habt ihr Stereo gemacht, hier zwei. Äh, Horst hat gemeint, aufs Kambacher Ecken oder irgendwas sollst du fahren? Oh, ein Polestar. Die sehen cool aus. Polestar. Gehört doch, glaube ich, zu Volvo. Polestar 3. Ey, was da vorbeifährt? Ein Auto am anderen, ey. Heute genießt jeder nochmal das schöne Wetter. Ja, eben, auf jeden Fall weißt du, deine Anlage funktioniert, ne? Ja, dann kannst du noch ein bisschen zuhören. Ich denke, den Rest hört ich wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ähm, ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Äh, Tommi, ja, da gibt es bei der unten so ein Plateau. Da steht auch ein Windrad. Da kann man, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich da mit dem Auto hinkomme. Ich werde nachher hier mal ein bisschen durch Gegend spazieren und mir die Gegend mal angucken, ne? Wo man sich da schön hinstellen kann. Weil, wie gesagt, Brandenkopf ist für mich Neuland. Ich war einmal hier vor Jahren. Und jetzt, äh, mal wieder halt, ne, zum Gucken. Ja, Tommi, es meint zu dir. Ja, danke fürs Mike. Ja, Roger, ne? Ich werde jetzt, der Himmel ist jetzt hier knallgelb durch den Nebel. Ähm, der Nebel ist gelb, ne? Da merkt man jetzt, dass die Sonne hier am Abglühen ist. Ähm, vielleicht kommt sie noch durch. Dann mache ich kurz auf jeden Fall für das Video noch ein schöner Abspann mit dem Sonneuntergang. Aber sie ist nicht einmal so weit unten. Ja, die steht noch recht hoch hier am Horizont. Also, ähm, die Sonne ist für den Bergfunkern gnädig, hey, ne? Sturge 15, mindestens noch, bevor der Unterweg. Ja, wie viel Abspann drehst du heute? Wetter 4 oder 5, ja, hey. Ja, immerhin bist du heute mal allein, Tommi. Heute nervt dich keiner. Und isst da deine Kekse weg, gell? Äh, da war noch ein Break, Break, kommst du? Ja, hier, da war ich wenig 6,4. Ja, sali Markus, jetzt hört man dich. Grüß dich. Ja, grüß dich. Und weg. Ähm, Horst, bist du noch da? Ja, der Tilo, der hört dich auch. Den habe ich ganz vergessen. Der auf dem Langerhals stimmt. Das geht auch. Der Henry 1, der kriegt dich auch. Hörst du den Tilo? Ja. Ja, ich hab, äh, ich stand noch krechst und hab noch, äh, hab's da kurz zwei Grad Joli zusammengebaut und kurz, äh, durch Bachloge rausschoben. Und ne leichte 50 Herz-Tromen. Oh ja, der brummt aber ein Netzteil. Ja, ich hab, ich, ne? Äh, ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß nicht, äh, sondern dieser... Da weiß ich nicht, gerne ist, was mir, was mir mein truly W 수�ienst steht. Ja, wer... Ich weiß, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und kann man das nicht sagen, was... Markus, die Oma läuft auf höchste Leistung oder wie? Kommt's super an hier, Santiago Siebes, tipptopp. Ja, wenn das so ist, kann ich auch noch ein wenig leichter auf Händen kommen. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat es dich jetzt doch motiviert, deine Antenne aufzubauen? Ich hab sie noch aufgebaut, das ist ja nicht das Problem. Die ist ja, wo wir noch ein Stück zusammenstecken und dann hab ich gleich gesagt, jetzt kann man nur probieren, ob es so ein neues Dachloge rausgeht. Halt, jetzt muss ich jetzt ja mal gucken. Ne, vorher hab ich die BB-6, ja, und dann hab ich verkörpfe die voll. Aber ja, für die BB, ich hab dich zwar gekehrt, ich hab alle gekehrt, der Hand, der Frank, ja, der Frank und der Halt wäre der beste Gerler, aber die anderen, da ging nicht viel. Ja, ich hab dich ganz leise noch gehört, ne. Aber jetzt geht's, was ist Brummen nervt hinter dran. Ja, also, dann geb ich's Merkmal auf den Kanten. Bei dem wär's auch hartlich nie geschlagen. Da kann man keinen Kater hören, ne. Aber ich würde jetzt mal hingehen und würde mal die ganzen Bienen wieder hinfangen und in den Stall bringen. Das ist ja viel mäßig, wie die da um dein Mikrofon kreisen. Kannst doch nicht sagen, was liegt. Aber ich kann jetzt das Gerät wechseln, ja. Dann wird's vielleicht besser werden. Ich wechsle auch mal das Gerät. Ja, der brummt bei seinem Netzteil. Ja, das ist halt immer im Golf. Ja, immerhin hört man nicht jetzt, ne. Besser als vorher. Ah ja. Na ja, schöne Runde heute. Da sind ja alle Vertreter, ne. Tipptopp. Tommi, machst du ein schönes Video heute? Ja, gott schon. Ich wollte eigentlich heute nicht filmen, aber jetzt mit dem Nebel und mit der Sonne und mit der großen Runde, ne. Gleich Stau da draußen. Dann habe ich den Video angeschmissen, ne. Das ist ja Funke und Filme, das ist ja bei mir schon eins, ne. Ich wollte jetzt mal fragen. Dennis, auf dem Brand, hast du den Horst, die Station Bandwurm, konntest du den aufnehmen? Äh, Mike, zu dir, Dennis. Ja, das war der Horst. Ja, der Horst war kurz vorher in der Runde. Ich weiß nicht, ob er jetzt die QDH noch wechselt. Ähm, die Station mit dem brummenden Netzteil, die kann ich auch aufnehmen. Die kommt gerade so übers QRM. Ähm, das war der Markus. Ähm, Markus, äh, wenn du mich aufnehmen kannst, äh, hier grüße vom Schliffkopf. Von der Lassie 01, äh, wo stehst du denn du? Wo ist ein DIN AQDH? Ja, Tom, in der Wechselkratz, das Funkgerät. Äh, der Markus ist ein Wil am Kaiserstuhl. Ja, okay, ja, da kommt ja der Dennis, ähm, zum Kaiserstuhl. Das geht ja gut vom Dennis, ne. Ja, ich habe auf jeden Fall gehört. Und, äh, Ander, der Bandwurm, da war ein Biberach, Dennis. Auch hier bei mir im Kinzigtal. Äh, jetzt weiß ich noch nicht. Ich glaube, vorher war welche, die habe ich nicht empfangen können. Ja, dann war er das, ne. Er ist unterkünftig da unter dem Tal. Deswegen klappt das wahrscheinlich nicht zu dir. Naja, ich glaube, der war im Funkschattel zu mir. Ja, bin wir auch da. Oh, das hört sich jetzt angenehm an. Also, Markus, dann komm doch mal. Äh, Tommi hätte ich gerade noch begrüßt. Da warst du gerade im Hintergrund. Ja, Tommi habe ich vorher nicht gehört. Äh, weiß ich auch, wo mich, äh, mit der Rekonstellation bekommst. Das ist jetzt gut. Ja, Markus, falls du mich, äh, aufnehmen kannst, viele Grüße vom Fliff Kopf. Ja, hier die lässt sich noch eins. Ähm, du kommst schon mal besser, mal schlechter Römer. Äh, hier kommt der gute Römer. Äh, ich hab auch sehr hohes QAM komischerweise heute hier oben, äh, auf dem Berg. Ne, das merkt du dir? Ja, also hier brennt heute ist echt sauber. Ja, wenn morgen war, oder halt Mittag war ein bisschen komisches. Mit zwei, mit zwei Heeren, die jetzt knattern und rauschen, aber inzwischen ist es angenehm. Oh, ist ein schöner jetzt wieder. Über drei Stunden. Es gibt wahrscheinlich ein langes Video oder mehr Teile. Aber eines sollte schon los. Ich glaube, ich muss zukünftiger als bisschen später kommen. Ja, jetzt Tomi. Äh, Rimini 6-4, heißt der der Markus. Er hört dich, aber nur mit Santiago 2. Rimini 6-4. Okay, ja, er kommt hier mit Sippe, ne. Also, Stufe überm QAM. Aber, ähm, leider ist halt, äh, sind Radios schwankend und geht halt grad wieder unter, ne. Aber, naja, da ist halt wahrscheinlich ein bisschen Topografie dazwischen, ne. Ähm, hier versucht jetzt die Sonne nochmal, äh, Anlauf, ne. Ich bin mal in Spandoxe schafft, ne. Dass wir hier, dass wir vielleicht noch einen Sonnenuntergang hände haben, äh, schöner. Mal gucken. Aber der Nebel ist ja unten im Tal weg. Also, einen Nebel mehr gibt es nicht. Keines wahrscheinlich, ne. Okay, das mach ich zu dir, Michael. Ne, heute ist es anders drum. Heute ist der Nebel oben und unten schön, ne. Ja, wie gesagt, ich hoc jetzt hier auch ein bisschen im Nebel. Es wird jetzt langsam kühl. Aber ja, es ist ja Herbst, ne. Es passt ja für dem her alles gut. Aber, Tommi, komisch, dass du so viel QRM hast. Ich hab da QRM mit zwei bis drei, mehr nicht. Ich nehm grad mal kurz weg, wenn ich nach Oste schaue. Da könnte noch sein, wie die Wolken wie der Nebel so richtig über die Berghänge drüber kommen. Also, er kommt jetzt immer näher und immer massiver. Das ist hinter mir, da sehe ich nichts. Das sind so Stativ mit irgendwelchen Semetsensoren. Und die habe ich da halt jedes eine eigene Solarplatte zu der Stromversorgung. Und er hätte meint, dass die hier rund um die Schliffkopf Störungen verursachen. Also, ich werde demnächst mal, halb über kurz mal, ähm, wieder auf die Horniskrinde düsen. Ähm, das, das fällt mir ein bisschen, ne. Mal wieder, äh, auf 1150 Meter, äh, senden. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne. Ja, jetzt hast du Stereo gemacht mit dem Hans. Ja, Tommi, mach das. Geh wieder mal auf deine, äh, Heimatkuh der Horniskrinde. Das könntest du mal wieder machen, ne. Wie gesagt, ich war gestern oben, aber ohne Funkgerät. War wieder traumhaft schön, wie immer. Komplett anderes Wetter da oben. Hast gedacht, es ist schon Winter. Komplett anderes Klima. Äh, Hans, schnapp das gerade mal. Du hast Stereo gemacht mit dem Tommi. Ja, wenn der Tommi hingeht, äh, mal Richtung, äh, Oste gucken. Oder du auch genauso. Und der Dennis auch. Ja, wenn ich mal schauen, wie das, äh, die Nadelwände. Über die Gipfel drüber klettert. Ich seh nix nach Oste. Da ist nur ein Wald. Bei mir gibt's kein Oste. Ich steh hier mit im Wald. Geh mal auf der Turmdorf, da siehs. Das ist vielmäßig. Das musst du einfach mal anschauen. Sieht richtig geil aus. Ja, ich steh hier im Nebel. Geh auf den Turmdorf, ich kann's dir nur empfehlen. So, Freunde, bevor das hier zu langweilig wird, brechen wir hier mal ab, ne? Ich hab eben 50 Minuten einen Termin. Da war noch näher oben, weil ich weiß noch nicht, wie es ist, ne? Aber ich bin eh schon auf seinem Platz da oben gewesen. Hätte nicht gedacht, dass es dann heute erst so spät losgeht. Darum werde ich mal hier jetzt eine Verabschiedung machen. Das ist ein Windrad. So, Freunde, ich muss mal kurz zwischerein breaken. Ich muss mich langsam vom Acker machen. Ich hab noch einen Termin heute Abend. Dazu muss ich noch ein bisschen fahren. Also, ich hab hier schon mal alle angeschlossenen Funkhäuser. Vielen Dank für den schönen Nachmittag. 73,55 hier von der Bergfunkstation brennt im schönen Sonnenschein noch. Und wünsche euch alle noch einen schönen Abend. Und dass bei euch die Sonne auch noch ein bisschen rauskommt. Alles klar, Dennis. Komm gut rein. Und vielen Dank fürs coole Sohn. Danke. Bye-bye. 73, Dennis. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Wir sehen und hören uns auf YouTube. Bye-bye. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tommy. 3,70, Dennis. Weiß du mich erst. Jawohl, ich kann dich aufnehmen. 3,70,55. Jo. Gut war's heute wieder, ne? Ja, von mir auch. 3,70, hier von Frank. Ciao, Frank. Mach's gut. Bye-bye. 3,75,55. Schönes Wetter. Ja, alles klar. Mach richtig Schluss. Tschüss, Dennis. 3,70. Schreitfreier. Danke dir auch. Ciao. Mach's gut. Bye-bye. Ja, via Sicht-QSO. Schöne QSO über CB-Funk geführt. Löwe 1 hatte ja sein Amateurfunkgerät dabei. Da haben wir auch mal angeschlossen, mal durchgehört. Haben jetzt aber gar kein Video davon gedreht. War auch ganz interessant, was da so in den anderen Amateurfunkgerät unterwegs ist. Da verstehst du nur nicht so viel. Weil da wird ja nicht einfach so locker drauf losgequatscht, was wir so machen. Sondern da ist halt, ja, du hörst eigentlich nur das NATO-Alphabet hoch und runter, ne? So. Jetzt aber, auch wenn das Wetter hier wunderschön ist, muss ich los. Ich sag danke fürs reinste Bewerten und Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und wie gesagt, einige Leute haben angefangen wieder zu funken, weil sie es früher schon mal gemacht haben. Ihr seht ja, das ist alles kein so teures Hobby, so ein gutes Funkgerät. Kriegst du für 100 Euro, für 40 Euro ein Magnetfuß, für 30 Euro eine DV27 lang. Wenn ihr eine starke Autobatterie habt, könnt ihr das direkt hier Zigarettenanzünder mäßig hier an die Autobatterie oder ihr habt hier sowas, hier irgendwie so eine kleine Powerbank, wo es anschließen könnt und schon legt er los. Wenn ihr dann auch gute Landschaft in der Nähe habt, irgendwie so mit bisschen höherer Position, dann kann das was werden oder ihr wohnt wirklich gut zu Hause schon irgendwie auf der Höhe oder könnt in der Nähe auf den Berg fahren, dann würde ich sagen, Freunde, Sonntagnachmittag, ab auf dem Berg, neuerdings Kanal 78, da geht gut was. Und dann hört man sich am Sonntagnachmittag vielleicht mal hier im CB-Funk. Ist jedes Mal wieder eine Überraschung, wen man trifft, wo die Leute sind, mit was die funken. Macht Spaß, warum nicht? So, Freunde. Bye, bye. Oh ja, zieht euch das mal rein. Ich glaube, das ist das, was er gemeint hat. Wie aus dem Osten hier der Nebel über die Bergkuppen zieht. Und da vorne fahre ich jetzt auch schon, hier vorne fahre ich runter, da sehe ich schon, da fahre ich in die Suppe rein. Da ist jetzt wahrscheinlich auch Viechstau in Furtwanger, ne? Aber sieht krass aus. Aber was hier los ist. Also heute ist ja ein Verkehr und Leute unter einer Minute im Minutentakt laufen auch die Leute vorbei. Unglaublich. So, Stau ist jetzt hier auch. Ich muss jetzt dann hier wieder los, ne? Also Freunde, verrückt. Ciao.